Das russische Gesetz besagt, dass um zu den Präsidentschaftswahlen antreten zu dürfen, muss ein Kandidat mit einer Partei 100.000 Unterschriften sammeln, überall im Lande. Ohne Partei muss er sogar 300.000 Unterschriften sammeln. Der Putin kandidiert zu den kommenden Wahlen als ein parteiloser Kandidat, das heißt er muss 300.000 Unterschriften sammeln. Der Hauptkonkurrent Putins ist dabei der Nadezhdin. Für Nadezhdin stehen die Leute in riesigen Schlangen. Die Menschen stehen bei Frost, Schnee und Gewitter draußen in riesigen Schlangen, um ihre Unterschriften für den Kandidaten Nadezhdin abzugeben. Sogar mit der Angst, dass es gewisse Sanktionen gegen die Menschen geben könnte von der Seite der Regierung. Es gibt tatsächlich Gerüchte, dass gegen diese Leute irgendwie vorgegangen wird, Repressionen und ähnliches. Die Leute rechnen damit, die Leute denken, es könnte was geben, stehen trotzdem da, um ihre Unterschriften abzugeben. Dagegen schauen wir mal, wie die Sammelstelle der Unterschriften für den Putin aussieht. Hier ein Mitschnitt aus den russischen Nachrichten, Altai-Gebiet. Wir sehen zwei Leute gerade mal und die auch vor der Kamera, wahrscheinlich wurden sie für die Kamera hierher bestellt. Also man sieht den Vergleich, die Leute, der Putin hat einfach keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr. Die Menschen haben Angst, was zu sagen, aber nur noch Einzelne geben ihre Unterschriften für Putin ab. Es wurde nicht mal in einem Nachrichtenausschnitt, haben sie sogar geschafft, dass sie ein bisschen mehr Leute dahin befördern können. Nicht mal das haben sie geschafft. Hier wurde spaßhalber auf der Straße befragt, ob der Mensch für den Putin seine Stimme abgibt. Natürlich wurden die Gesichter verdeckt. Hier ein rotes Kreuz bedeutet, nein, nein, einmal grüner Hacken. Das heißt, ja, er würde für den Putin seine Unterschriften abgeben. Ansonsten rote Kreuze. Würden sie für Putin unterschreiben. Das sehen Sie einfach auf der Straße. Und dann wurden die Leute auch befragt. Und auch die Kommentare unter den Videos, wenn man sich das anschaut, die geben das komplett wieder. Also es ist nicht fingiert, nicht nur, dass man sagt, die Leute haben das einfach so zusammengeschnitten für das Video. Auch die unter jedem anderen Video, auch unter Nachrichtenausschnitten, geben die Kommentare absolute Abneigung gegen Putin ab. Also, auf YouTube kann man ja mehr oder weniger anonym kommentieren. Und man sieht, die Menschen wollen den Putin einfach nicht mehr haben. Vor allem wegen dem Krieg. Auch viele andere Sachen. Aber vor allem wegen dem Krieg momentan. Also, wir lesen uns ein paar Kommentare durch. Eben aus diesem Nachrichten-Mitschnitt. Zum Beispiel das allererste nehmen wir mal. Und dann schmeißt man das rein. Er hat bereits dreimal gegen die Verfassung verstoßen. Er hätte seinen Posten bereits 2008 endgültig aufgeben sollen. Und er hat mehr als einmal gesagt, dass er niemals gegen die Verfassung verstoßen wird. Und so weiter. Nächsten Kommentar. Lassen Sie den Ruhestand gehen und sich um seine Kinder und Enkelkinder kümmern. Es gibt viele würdige, kluge, kompetente Menschen in Russland, die Russland zum Wohle des Volkes führen könnten. So, sehen Sie. Vergleichen Sie diese Schande, weil nur zwei Menschen dastehen und unterschreiben halt. Das ist wirklich eine Schande, also Blamage für Putin. Nur mit der Zahl der Menschen in den Unterschriften für ein wenig bekannten Antikriegskandidaten. Damit ist der Nadezhdin gemeint. Weil Nadezhdin, sein allerwichtigstes Ziel, den Krieg stoppen. Er will den Krieg stoppen. Sogar Nadezhdin ist beliebter als Putin. Ganz zu schweigen von Politikern, die im Gefängnis sitzen. Damit ist der Strelkov gemeint, mit dem eigentlich dieser Ukrainer Krieg angefangen hat. Der lacht mit drei Smilies und schreibt, heilige Scheiß, was für eine riesige Warteschlange. Gräuel. Da sind nun die beliebtesten Kommentare, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die neuesten. Wir sind viele Narren versammelt. Also die drei Leute sind gemeint. Korrupten Medien zeigen nur Putins Stimmensammler. Und wo hat Nadezhdin dann die Stimmen her? Nadezhdin. Nadezhda. Oder haben sie Angst, dass nachdem sie von Nadezhdin erfahren haben, noch viel mehr Menschen zu seiner Schiffensammelstelle kommen werden? Natürlich haben sie Angst vor Nadezhdin. Ich lese die Kommentare. Kommentare sind damit gemeint. Und freue mich, dass Menschen das Licht gesehen haben. Also Menschen sind klüger geworden. Russland ist kein Irrenhaus. Eigentlich steht hier, das ist Irrenhaus und kein Russland mehr. Das ist irgendein Blödsinn. Wird irgendjemand für ihn stimmen, außer den verrückten Rentnern, deren Kinder er in den Tod geschickt hat? Wohl wahr, wohl wahr, Freunde. Also, ich finde, Nadezhdin ist ein guter Kandidat. Ich hoffe, er gewinnt diese Wahl. Und auch wenn er verlieren sollte, dann ist sein Haupt, seine Hauptargumente oder sein Hauptschlag, Argumente bei der Präsidentschaftswahl, den Krieg stoppen, den Putin stoppen. Nadezhdin will Putin stoppen. Und ich finde, damit steht er gut da. Und wenn der Putin trotzdem gewinnen sollte, weil er dann trotzdem die Wahl so manipuliert, dass der Nadezhdin verliert, dann wird der Putin das sehen und wird auch die Abneigung im Volke spüren. Ich meine, schließlich kann er nicht komplett gegen 100% des Volkes seine Politik betreiben. Momentan sind wirklich die Rentner noch bei ihm, komischerweise. Die haben halt Angst vor Veränderungen. Aber der Krieg ist eigentlich das, was die größte Veränderung ist. Also, wohin soll es weitergehen? Ja, solange die Bomben eben nicht auf die Häuser der Rentner fallen, passiert da auch nichts. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.